Leute, ich noch mal ganz kurz. Ich habe jetzt endlich eine Mission bekommen, wo man so Party-Ticket erhalten hat. Ich habe zuerst vor einer halben Stunde aufgehört zu spielen. Ich sage wieder sehr viel Äh, sehr viel Ding-Pausen. Auf jeden Fall kann ich jetzt mal zeigen, wie das so aussieht. Burning Bernie zum Brecher-Event oder Party, wie auch immer. So, jetzt können wir hierhin zum Burning Bernie. Was ist das hier eigentlich? Ich komme nicht drauf. Egal, ich muss das jetzt mal schnell zeigen hier. Ich habe auch nicht mehr allzu viel Energie, ich kann auch keine mehr kaufen. Ich sage nur gleich in vornherein, so wie ihr das Ticket benutzt, läuft hier eine Zeit ab. Ihr habt dann 30 Minuten Zeit, hier alle Events durchzuführen, falls ihr soweit kommt. Also alle Quests, die hier in dieser Festivität vonstatten gehen. Ihr könnt zwischendurch auch wieder zurück, weil ich meine, ihr müsst mal eben leveln, um vielleicht dann bessere Chancen zu haben, um jetzt den Gegner umzuballern oder so. Und ihr könnt auch in Sexshop und sowas rein, aber wie gesagt, die Zeit läuft weiter. Zwischen allen Missionen muss man ein, zwei Minuten Pause machen. Da habe ich jetzt aber nicht drauf geachtet, wenn die Zeit einfach weiterläuft. So, wir gehen jetzt einfach mal rein. Party-Details erforderlich. Party-Ticket. 30 Minuten, 12 Minuten, dann habe ich. So. Jetzt wird hier angezeigt. Bei drei Siegen bekommt man, wie gesagt, die epische Halskette. Bei sieben, dann die andere epische Gadget. Das ist auch ein episches Gadget. Und bei zwölf, das wäre dann das Finale, wo es halt, ähm, das gefallene Punkt Bikini-Röckchen geben. Das hätten wir gerne, aber auf China werden wir nicht zum Balkon. Bring' wir erstmal los. Ich weiß jetzt nicht, ob die Missionen wieder dieselben sind, wenn es wieder der große Typ kommt, die ich nicht fertig kriege. So. Ach, das hat, glaube ich, schon mal ein Schiff. Ah, das gleicht sich alles an. Okay. Oh, ein Hit. Gut, sie haben wir geschafft. Jetzt muss ich leider eine Minute warten. Entschuldigung. Entschuldigung, ich muss mal kurz gucken. Wie gesagt, wir haben fast alle unsere Diamanten jetzt mittlerweile ausgegeben. Das ist natürlich ein bisschen unpraktisch, aber man kann es sich nicht ändern. Ich wollte ein bisschen weiterkommen. Oh, ich sehe gerade, ich hätte gleich fast den Erfolg hier. Plagmacher. Du, fighten wir noch einmal schnell gegen, wie hieß die denn? Jenny. Gegenangriff. So, mal schnell. Achso, die kann ich ja nicht mehr angreifen. Hehehe. Ah. Verdammt, verdammt, verdammt. Und mir, Tomiku? Hatte ich die heute schon mal? Weiß ich noch nicht. Doch, den hatte ich schon mal. Da habe ich ihn aber nicht geschafft. So, der Psycho. Wann sah der auch noch anders aus? Das stimmt schon. Gut, ausgiblich nicht. Ich hoffe, der weicht jetzt nicht aus. Er hat viel auf Kraft und Ausdauer. Geskillt. Boah, ob ich das schaffe? Ich weiß nicht. Ich weiß noch nicht. Da fehlt der richtige Crit. So, wenn er es nochmal ein Sprengball hat. Oh, gut ausgewichen. Dann kommen wir vor, wie wir sind Sportkommensdauer. Dann haben wir ihn fertig. Alter, der war aber nicht so gut, der Schlag. Oh, hat mich echt viel abgezogen. Jetzt Critte. So, das haben wir geschafft. Was gab's denn hier? Oh, so ein Dreck. Hat doch keiner. So drei Minuten können wir weitermachen. Jetzt können wir erstmal hier beim Burning Burning weitermachen. Simpel. Ja, muss man hier. Das ist das, was ich erzählt habe. Nee, der wäre noch das Schlagzeuge. Man kann alles fressen. So, jetzt kommt der Typ. Und hier, an dem bin ich ständig gescheitert. Ja, da muss ich jetzt eh eine Minute warten. Ich würde hier noch mit ein bisschen Labern überbrücken. Aber ich weiß auch nicht so genau, was ich jetzt sagen soll. Gucken wir mal, wie hier der Fortschritt ist. Ja, ich mache da gleich einen Angriff. Ja, genau. Blattwäsche habe ich diesmal noch keine erreicht bekommen. Hier, das wird auch noch ein Ballchen dauern. Wahrscheinlich erst morgen, weil es fast mal eine komplette Energie verbraucht. Jetzt will ich mal was gucken. Okay, hier beim Burning Burning verbraucht ihr also keine Energie. Das ist schon mal gut. Ich muss mich so brüllen. Ich würde es jetzt halt läser stellen. So, ist die Minute jetzt rum? Oder noch 8 Sekunden? Stufe 22. Wie gesagt, den hatte ich nicht geschafft. Ich hoffe, dass ich ihn diesmal schaffe. Wenn ich mich recht in den Sinn, hat der sehr viel Kraft und sehr viel Leben gehabt. Wir gucken uns das mal an. Naja. Er hat sich nicht verändert, sag ich mal. Er haut aber ganz schön rein. Er haut echt rein. Weicht aus. Weicht doch mal aus, zu Pute. Na, den schaffe ich schon wieder nicht. Ich sehe das. Weich aus. Du bist so blöd. Kritte ihn. Ich schaffe das schon wieder nicht. Ja, und so war das letztes auch. Was brauche ich denn? Ich brauche wahrscheinlich mehr... Mehr Leben. Ey, pass mal auf. Passt mal auf. Hier übrigens meine Beschreibung. Also, es ist Würstchen in feuchten Brötchen. Yum, yum. So, wir geben einfach mal die ganze Kohle aus. Hier, das ist mir jetzt egal. Noch ein. 193. So, hier. Ausdauer. Ausdauer brauchen wir. Mann, was weiß ich denn, wie wir es kippen. So, Charisma. Kritz. Das kostet diesmal nicht so viel. Ah, mich fällt gerade auf. Je öfter man das am Tag macht, desto teurer ist es. Wieder was dazugelernt. Okay, jetzt sind wir gleich pleite. Kraft oder Aussauer? Aussauer. Oder? Gut, dann Kraftkosten 204. Da kommt ein bisschen auch sauer. Oh, okay. Anscheinend drücken wir noch rein. Können wir hier noch Charisma. Was war das? Das war für Kritten, das war für Ausweichen. Dann machen wir noch Waffenness. Nee, können wir ihn nicht mehr leisten. So, jetzt bin ich pleite. Ja, wir wollen ihn jetzt. Ich will ihn jetzt endlich fertig machen. Ja, komm schon. 20 Sekunden noch. Das wäre für mich so ein kleiner persönlicher Erfolg hier. Ich meine, es ist natürlich nur das Spiel, aber jetzt in dem Spiel, weil es für mich ein kleiner Erfolg, mit dem ich endlich mal umballern könnte. Weil ich war schon zweimal hier drin. Weil ich schon zwei Einladungen bekommen hatte. Und das hat einfach nicht geklappt. Ich bin nie hier hinausgekommen. Hier, hier rückenüber hinausgekommen. Nein, ich habe nichts getrunken, heute. Jetzt aber. Jetzt haben wir ein bisschen 10 mehr Leben als er. Jetzt muss was klappen jetzt. Er hat mehr Kraft. Wir können da Krits machen. Dann geht das halt bessere Stats als ich. Oh, der Rotwein. Komm jetzt aber, baller ihn weg. Ja, endlich. Das epische Halsband. Ist zwar minus Kraft, aber plus Ausdauer und Raffines. Nehmen wir uns das? Das gucken wir uns gleich an. Ich weiß nicht, hier ist ja keiner, der mit mir reden kann. Soll ich das anlegen oder nicht? Ich meine, wie gesagt, man kann die Mission immer wieder machen. Solange wie die Zeit noch läuft. Ich schließe eine Postmission. Das ist ein Boss gewesen. Okay, wir geben wieder Kohle. Gute Sache. Was weiß, minus 12 Kraft. Die Kraft, die werden wir einfach nachkaufen. Würde ich mal sagen. Gut, dann legen wir das Ding mal an. Wo leuchtet es hier? Und so an dem hier. Gut, wir kaufen die Kraft nach. Die immer teurer wird. Und die gibt schon wieder einen Erfolg. 200 Punkte pro Fähigkeit. Gibt 6 Fähigkeiten. Die können wir gebrauchen. Das spart uns ein bisschen Geld. Da nehmen wir wieder auf Kraft. Jetzt haben wir ungefähr das ausgeglichen, was wir verballert haben. Ich kann ja noch was kaufen. Jetzt kann ich mir nichts mehr kaufen. Wo kann ich denn noch was einsetzen? Rappiness. So. Sollte es weitergehen, sonst haben wir dann Heap. Ah, Level 2 ist gesperrt. Okay, ich brauche 500.000 Fans. Den Rest könnte ich machen. Ja. Leider muss ich jetzt die Partie verlassen. Ich habe 500.000 Fans. Und weiß, mehr Filme drehen. Mehr Filme drehen. Mehr Filme drehen. Aber ihr habt jetzt nicht mehr das Prinzip verstanden. Aber jetzt habt ihr gesehen können, wie es hier abgeht. So, verlassen wir die Party. Leider ist das Ticket jetzt abgelaufen. Und dann gehen wir zurück in die Stadt. Ja. Ich werde jetzt erstmal nicht mehr so regelmäßig Videos von Big Bang Empire hochladen. Aber wenn immer wirklich was Interessantes passiert. Oder was schönes geschehen ist. Was irgendwie zeigungswürdig wäre. Dann zeige ich euch das. Dann nehme ich das auf. Wenn ihr mich abonniert habt, dann sieht das ja sowieso dann. So, jetzt wäre ich auch eine Bemühle. So. Dann viel Spaß noch. Und immer schön die Hände über der Bettdecke lassen. Bis dann, Leute.